Ja. Musste nicht mehr. Das kann ich nicht abbauen. Heißt, ich kann das Rote als nächstes abbauen. Okay. Was? Nein, das Rote nicht. Das Grüne als nächstes. Und ich bin tot. Ich will auf jeden Fall gleich mitmachen. Beim Abbaum. Ich will Erze sammeln. Ich will Methril. Kann ich den Baum hier nicht aufstellen? Kann man den echt nur nach draußen stellen, was einmüll? Stell ich jetzt einen Tannenbaum vor die Haustür. Oh. Ja, close hier. Ich bin gleich da. Da. Das wird ja auch wieder eine halbe Stunde dauern hier oder so. Wahnsinn. Egal, was wir haben, haben wir. Das ist unsere Welt. So. Oternenbaum, oternenbaum. Die Oma sitzt am Gartenzaun. Hello. Marilino ist eingetroffen. Ja, natürlich. Komm, wenn ich hier, wird's dunkel. Ja. Do your job. Nein. Noch genieße ich die Aussicht. Komm, irgendwo muss doch die andere Insel sein. Warst du denn da drauf, Marcel? Habt ihr denn schon drei Stück? Nein, zwei. Nein, zwei. Deswegen, wir waren ja schon ganz rechts. Da war keiner. Ja, dann ist die irgendwo links. Da war der Marcel noch nicht. Das heißt, da haben wir eine tolle, tolle Truhe. Wir können auch dazu fliegen, wenn du willst. Hm, da ist ein megamäßiger, ein Superspiegel ist drin. Warum kommt von da oben? Da oben ist die, ne? Ja, da oben ist sie. Wir sind ja, haben einen Höhenunterschied. Ja, oder ist das einfach nur ne Wolke? Jetzt kommen nach und nach unsere ganzen NPCs wieder. Aber das sind andere, oder? Ja, mit anderen Namen. Äh, andere Namen sind insgesamt trotzdem die gleichen. Aha, andere Namen. Ist das nur ne Wolke? Ne, ne, das ist die. Ich hab gesagt, die gleichen, nicht dieselben. Andere Namen. Ah, weißt du, wir machen es sonst einfacher. So, warte. Das machen wir einmal schön. Ähm, wo ist das denn? Da. Ja, das reicht noch nicht. Hä, warum hab ich das? Ich will das haben. Achso. Ja, einmal so. Damit dort der Wasser schon fleißig unten bleibt. Oh, was hab ich denn jetzt hier verlegt, ey? Der Wahnsinn. Du nach da, du nach da. Dich brauch ich nicht und du nach da. So, zack. Ja. So, so. Damit doch keiner abschmiert. Direkt einmal so. Man kann schon hochfliegen. Ja, der ist ja auch nicht verkehrt. Und wieder runterfallen? Hm. Ach, der Voodoo-Heini ist da, Marcel. Was für ein Voodoo-Heini? Ah, hier ist jetzt so ein Voodoo-Hampel. Voodoo-Hampel? Oh, nicht verkehrt. Oh. Was hast du gemacht? Das Wasser ist weg. Achso. Ja, nicht so schlimm. Das kriegen wir gleich wieder. Ich hab extra von oben gebaut, eigentlich. Das kriegen wir gleich wieder. Erste Fernkämpfer, ne? Hm? Erste Fernkämpfer. Ich guck jetzt mal, was ich mir so als nächste Waffe holen kann. Die Händler haben jetzt ja auch teilweise andere Sachen. Das brauch ich. Unbedingt. Was ist denn drin? Ein Glück zuweisen. Damit kann ich nicht mehr sterben, wenn ich runterfalle. Nee, echt? Ja. Ja, cool. Ich hab Schatzschaden auf. Ja, hast du es mitgenommen? Hast du es mitgenommen, ne? Ja, es hab ich drin. Okay. Ja, Silbermützen, Recall Potion, Heiltränke, Holzpfeil und Engelsstatue. Oh ja. Möchtest du eine Immunität gegen Gift haben? Hm, nee, danke schön. Das kann ich auch mal, welchen überkrassen Gehten ich gefunden habe. Ähm, das war es aber jetzt, oder? War das der Himmel? Gib dir einen Tipp. Es rollt sich ein, guckt dich an und sagt Charge. Drei Inseln, ne? Es gibt keine vierte? Nichts du von mir, nein. Äh, bis jetzt gab es jedenfalls immer nur drei. Ja komm, wollen wir noch zu Ende bauen, eben? Vielleicht gibt es ja noch eine vierte. Vielleicht ist ja mit irgendeinem Patch eine vierte reingekommen, ne? Ups. Ja, 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 ja. Aber dass die auch so hoch war, ne, auf einmal. Ja. Du denn, Strong-Eis-Boomberangs. Ja, aber nicht, dass wir noch was verpasst haben, weil wir nicht hoch genug gegangen sind oder so. Na, ich hab grad geguckt, aber ich hab jetzt nichts gesehen. Habt ihr denn jetzt schon, ähm, Spitzhacken für uns? Ach, selbst euren Kack, Wahnsinn, ey. Was für ein Ego. Hm. Ich will nur diese blöde Rüstung jetzt haben. Diese Spülenerüstung. Wenn ich bekomm's nicht hin, weil einfach die ganze Zeit irgendwelche Viecher mein, nö. Töten dich lieber vorher. Ja, wir sind ja auch fleißig am Bauen. Können ja tauschen. Dann kümmern wir uns um die Äxte und du baust den Himmel weiter. Genau. Ja, dann kümmern wir uns um die Äxte und meine Rüstung. Ich kümmer mich grad nicht um die Äxte und meine Rüstung. Ob ich zumindest irgendwie Schaden mache. Jawoll. Boah, du machst echt abnormal Damage. Ja, das ist wegen dieser Sichel-Wache. Ja, richtig cool. Na, du wirst aber auch noch ziemlich stark, Fatmapp. Ich meine, du bist mal lehren. Ja, ich bin auch noch froh. Sonst wäre ich vermutlich gestorben. Du bist einer der stärksten. Die. Stärksten. Der stärksten Charaktere. Der Charakter. Hm. Ich wollte jetzt Champion sagen, aber nee. Hm-hm. Ja, ist mir falsch. Ja. Oder einer der stärksten Klassen. Man sagt nicht die Klassen. R-Klasse. Sagt ihr Bescheid, wenn ihr fertig seid? Hä? Ich weine nur. Ich denke nur, dass ich mich rausreden kann. Oh, meine Schulter tut mir schon weh. Lalalalalala. Ich habe ja so zickert den gleichen Job wie ihr. Ich meine, er ist unterirdisch. Unterirdisch, ja. Du sollst Exe für uns holen. Nein, wir erschaffen. Du machst kaputt. Richtig. Richtig. Und das, was ich kaputt mache, erspudiert. Wir bauen für uns alle. Und ihr es schafft dann durch das, was ich zerstöre. Mit Matschblöcken, ja. Stell dir mal vor, die Matsch... Stell dir mal vor, es fängt jetzt an zu regnen. Und wir haben hier so einen Matschblock. Und auf einmal wird der weichen, wir fallen immer unten. Also ihr baut mit Matschblöcken. Okay. Ja, so viel Physix kennt das Spiel dann aber nicht. Ja, das kennt einiges an Physix nicht. Ach, nein. Ist aber egal. Nein, 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 nein. Nein. Böses. Nein, nein, nicht durch Wände gehen. Ein Bacon bekommen. Gammelhalterung. Bacon essen. Voller Fliegentier. Ist es noch weit? Sind wir schon da. Ah, so in einem Motto. Wir haben es bald. Ganz ruhig. Mach den da. Wir brauchen zu Ende, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch eine Wolke finden. Ja, eine noch. Oder ne, so, ne, habt ihr schon drei. Vielleicht gibt es ja eine gepatchte vierte Wolke. Nein, nein, nein. Aber der Sternenhimmel ist ganz hübsch. Ja, das stimmt. Und mein Bacon. Juh. So ganz romantisch, Sandra mit Fackel. Ich schmeiß' ihn mit Schlamm nach ihr. Genau. Genau. Ja. Juhu. Man sieht auf jeden Fall, wo euch die Materialien ausgegangen seid. Ja, irgendwann hab ich dann nochmal übernommen. Holz, Candy, dann wieder Steine. Candy ist cool, ne? Du bist der Weihnachtsmann? Ne, du bist irgendjemand anderes, aber nicht der Weihnachtsmann. Ach, jetzt ist er wieder im Haus. Ja, ich bin runtergefallen. Ja, jetzt ist runtergefallen. So. Du, 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 du. Lass mich hier alleine mit den bösen Augen. Ähm, wollen wir mal eine Tränke? Ach, die Augen tun ja nix. Ich hab aber kein Mana mehr. Ne, nicht Rekon. Ja, jetzt runter nach Ab hier. Perfekt. Ach, zeigt hier schon. Ach, guck mal an, das ist ein Steiner. Ach, hier hab ich vorhin gebaut. Achtung, meine Güte, hier sind wir heute. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, ich komme aus. Ich weiß nicht was, wovon ich gestorben bin. Ja, ich kann dir sagen, ein Anglerfisch. Ja. Ey, dann ist er nilter. Oh, dann komm ich gar nicht hin. Oh. Dankeschön. Hä? Ähm, ja, ich hab grad Besuch bekommen. Hi, Wokka Wokka, Witch Doctor. Ja, alles klar, weiter geht's. Ah, jetzt sind die Steine ausgegangen. Du 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 du. So, dann machen wir gleich. Häh! Bin untergefallen. Okay, warum sie sich hier auf einmal nach oben gebaut haben. Ah, der hat's auf dich abgesehen. Ah, musst du hochspringen oder runter herlaufen. Hey, haben sie ne Insel gefunden? Ne, du bleib bei mir. Ja. Okay, jetzt haben wir ihn. Schade. Oh, ja, machen können. Mensch. Ja. Ne, alles gut. So sorry. Beim Schauen, du. Ne, ich komm. Pascal, machst du das jetzt? Was? Die Fackel halten? Ne, bleib unten. Ich komm gleich, ähm. Ich kümmer dich runter. Wir sind ja so gut wie vom Ende. Ich erkenne ja zum Glück noch genug. Ah, hier ist ihnen die Erde ausgegangen. Okay. Ganzen crafty Blöcke, 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 Blöcke. Ah, ich hör ihn schon bauen. Hm, ich hör dich auch am trampeln. Er ist gleich so mit mächtigen Schubs. Wuii. Wow. So in etwa, genau. Jojos. Äh. Drei, vier? Wie viele Jojos hast du? Wie viel? Ja, Marcel hat was für mich gefunden. Jetzt hab ich vier Jojos. Okay. Voll cool. Nicht schlecht. Sandra, kannst du mitnehmen? Ich glaub, Inga hat keinen Eisspiegel, oder? Ja, Sandra. Ich hab keinen Spiegel. Perfekt. Oh. Ja, doch. Sie kriegt auch noch den Eisspiegel, weißt du? Sie hat ein Eiszimmer, jetzt hat sie einen Eisspiegel. Ja, Luxus her. Boah, die Augen sind ja einfach für die 100 HP. Ja, einfach weg, Schnüpfel, Narja. Ich will den Rohr bauen, Moran-Haube. Die Frostkönigin. Die ist mir verkauft. Das Herz aus Eis. Ja, ich sowieso. Ich halte dir die Fackel in Form eines Jojos. Yeah, Dankeschön. Spitzhacke wolltest du haben, ne? Ab, ja. Das würde ich brennen. So. Ein bisschen Kobalt hab ich jetzt auch. Ja, ich will auch unbedingt nachher hacken. Gerade das neue Erz oder so. Schau mal das Kobalt-Erz unten rein, ne? Ich hab noch zehn Stück. Ich bin einfach unten in die zweite Erzkiste halt. Heute sind wir über ein Meer. Ja, dann sind wir kurz vor dem Ende, ne? Mhm. Alles gut. Dann haben wir es immer hinter uns. Man werden nie wieder aus dem Himmel fallen. Sandra, es ist ja schon mal passiert. Hat's eigentlich wehgetan? Auf was denn? Nichts? Nö, alles gut. Na ja. Komm, wir sind immer noch besser als am Feuerzeug zu fragen. Wir haben Schornsteine, aber keine Kamine. Richtig. Oh. Doch. Geht ihr vielleicht mal das Haus ein wenig hoch? Also dann lass ich mir hier nicht nachsagen. Hä? Ja, hopp, hopp. Hä? Ach, da unten. Das geht aber irgendwie trotzdem nicht. Klar geht das. Woher willst du denn wissen, wie ich die Rohre da hinten verlegt hab? Okay, okay, gut. Ja, ja, gut. Ja, ich wollte den eigentlich wirklich komplett hochziehen, aber es gibt keinen Kamin-ähnlichen Stein. Als Rückwand. Na gut. Hä? Achso. Was? Achso, ich... Ich hab... Ich hab ein Bruder ja schon. Eigentlich kannst du aufhören, hier zu bauen. Nein, nein, nein. Wenn du hier runterfällst... Ein bisschen Wasser, ist mir egal. Jibiii! So, fertig. Meine Güte, meine Güte. So, haben wir's. Alter, Senta hat nur blöden Kack. Ja, aber verkaufen kann ich ja trotzdem. Dö, 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 dö.